Da hängt sie! Die Dilemma! Werftmitarbeiter machen gerade Mittagspause. Sehr schön, ich konnte hier in Ruhe noch den Kiel einmal streichen, die Aufliegestellen und ein, zwei andere Stellen. Ja, sieht doch wirklich gut aus. Motor, den habe ich vorhin schon fertig gemacht, Ruderblatt gestern schon dran. Ja, so sieht es aus. Jetzt kann das noch zehn Minuten, Viertelstunde trocknen und dann geht es gleich ins Wasser. Au revoir!